Hallo Papa. Hallo. Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie soll nicht so viel arbeiten. Komm noch mal rein. Ich telefonier noch. Doch, doch. Telefoniert noch. Ich hab jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Na ja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann war ich mir da kein Stress mehr. Die Karin schlusserde ich. Die Karin schlusserde ich. Ich weiß, ich weiß, dass es wirklich gut ist. We waren einfach über die, die am besten schlusserde ich. Wir waren einfach über die, die am besten schlusserde ich. Aber ich hatte sicher, die am besten schlusserde ich totales Leben. Mein Vater besitzt mich spontanément, ohne eine Wärme. Ich würde mich sehr vorsichtig sein. Ich darf den Ladies nichts. Ich werde mir ein Schampag. I'm Tony. Tony, Tony Erdmann. Okay, also das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Keine Feministin, dann würde ich es mit Typen wie dir gar nicht aushalten, Gerald. Sag mal, spitzt du mich. Papa, ich rede mit dir! Ich bin ja ganz schön überfallen, ne? Ich bin Ambassador Erdmann. Und ja, und das ist meine Sekretärin, Miss Stuck. Au! Au! Die da alle! Ich muss dich arresteren. Ich bin sorry, Bogdan, mein Vater hat eine stupende Verhandlung gemacht. Hallo? Auf Foodsch. Untertitelung des ZDF, 2020